Ich möchte Ihnen in einem kurzen und knappen Überblick zeigen, welche Vorteile Ihnen das Kundenportal MyHeko bietet. MyHeko zeigt Ihnen immer den aktuellen Status Ihrer Aufträge. Mit MyHeko sehen Sie durch das DPD Online Tracking zu jedem Zeitpunkt, wo sich Ihr Paket gerade befindet. Bei Ihren Angeboten sehen Sie stets die aktuellen Lagerbestände und das auch noch lange Nacherhalt des Angebots. MyHeko bietet Ihnen die Möglichkeit, rund um die Uhr Ihre Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen und Werksabnahmezeugnisse herunterzuladen und auszudrucken. Nach einer Anmeldung bei MyHeko werden Ihnen Ihre persönlichen Einkaufskonditionen zu den gewünschten Produkten angezeigt. Dazu gehört auch, dass Sie Ihre letzten Angebots- und Verkaufspreise zum jeweiligen Produkt einsehen können. Weitere Videos mit Bedienungsanleitungen und zusätzlichen Informationen stehen Ihnen in der Mediathek unserer Homepage zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020